Fack, da hast du mich auch ziemlich nervös. Wo ist der Fandi jetzt? Oh, jetzt habe ich die. Ah, ne, fünf von den blauen Punkten habe ich bekommen. Nein, das glaube ich nicht. Doch, fünf von den blauen Punkten. Nein, das glaube ich nicht. Nicht? Warum nicht? Wow, fuck! Weil du für Anweisungen keine blauen Punkte kriegst. Hat für die komischen blauen... Doch, ich habe fünf Punkte übrig. Übersicht für... Wie heißt das Ding? Anweisungen, doch. Kriegst du den blauen Punkten? Ja, es war natürlich wieder keiner an die Tür. Jetzt habe ich die Tür mit C4 hochgejagt. Es war wieder keiner drinnen, ey. Wenn du das mit dem Ding dann... Wenn du ein Level ab hast. Also von zwei auf drei gekommen bin. Ja, wie von zwei auf drei? Oh, stöbel! Ich war mit der Schrotflinte nur auf Level 2. Ach so, die blauen Punkte. Auf Level 2. Ja, jetzt bin ich auf Level 3. Also habe ich Level 3 frei geschaltet für die Schrotze. So ein Punkt, wie meinst? Ich weiß nicht was... Aber wenn du mit einer Waffe Level abgehst, bist du ja. Ja, alter, ich geh jetzt so ab, ja. Ja, die haben eh ziemlich heftig überrannt. Boah, Mann. Oh, nur noch ein bisschen. Sie kommen raus und machen unseres Sandys Blatt. Verschmutig mal. Dass die jetzt über den Berg kommen wie wir. Alter haben die das überrannt. Gut, die haben uns hier glaube ich ein bisschen overpop. Oh Gott, ey. Ich hab schon mal die ganze Granaten verballert. Wo mich auch immer zwei Granaten dabei hab. Granatengürtel? Ja, wird zu wissen. Boah, egal, dass ich es habe. Eine habe ich weggeholt bin, C4. Na, Spacken. Wir müssen unsere Sandys halten. Ah, wir haben fünf Sandys hier. Vier? Fünf? Fünf Sandys. Praktischer finde ich so nichts, wenn du zum Wegpunkt kommst. Was? Wegpunkt? Ja, ich komme. Hm, ich bin hier wieder down. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach so. Bist du die Kluft einnehmen? Aber ich werde gerade wiederbelebt. Egal. Mal ablehnen. Wenn du sagst, da rüber, dann komm ich natürlich da rüber. Ich muss echt mal ein bisschen zeigen, dass ich Skill habe. Die blauen Punkte zeigen ja an, dass du Skill hast. Oder halt einfach gut bist. Oder einfach viel gespielt hast. Oder einfach viel gespielt hast. Aber mir ist es Skill. Du machst einen Scheißsniper. Irgendwo bei dir am Stein. Schwere gegnerische Einheit. Ja, hab's doch gefunden. Hab wir aber echt nicht gesehen. Selbst auf Ultra habe ich die nicht gesehen. Meine Güte. Was heißt, dass das Wasser sich nach oben bewegt, anstatt nach unten. Hä? Wie bitte? Das Lustige ist, dass das Wasser nach oben bewegt sich anstatt nach unten. Ja. Hab ich nicht gesehen. Leichter wie die Luft. Leichter wie die Luft. Leichter wie die Luft. Leichter wie die Luft. Hab ich nicht gesehen. Ich hab's erst gehört, wo du dich entkloppt hast. Weg. Das ist unser C4, oder? Ja. Oh, ich hab den Heerenser da hinten getroffen. Was sind die Hälfte? Ich hab ihn. Ich hab ihn jetzt stört von der Hälfte Leitling. Ja, geil, Markus. Ich hab' hier die ganze selbe Raketenmeer vorausschließt. Ohne Scheiße. Du bist so ein Idiot. Sandi. Der vier Schlüsse gerade in Folge, von Raketenmeer vorausgestoßen, und jetzt will ich den fünften Schiefer, die hübsst einfach vor mich. Hast du mir das? Hast du mir das? Hast du mir das? Hast du mir das? Ja, aber da kommen ja noch mehr Panzer. Ah, jetzt hab ich endlich. Tixer. Oh, Arschbister. Und noch ein Harreenser. Ja, Leitling. Ah, den Harreenser hab ich diesmal nicht getroffen, fuck. Mach den Sandi weg, der ist wichtiger. Schlimmer. Ah, ich hab den Harreenser erstmal verjagt. Fuck, der ist nämlich auch ziemlich nervig. Wo ist der Sandi jetzt? Oh, jetzt hab ich die noch mit, ne? Der ist da hinten. Ah, wir haben's her. Oh, da. Oh, da. Oh, da. Ich hab's nicht gesehen, weil ich tot bin. Jetzt müssen wir noch den Sandi wegmachen, sonst kommen sie ja gleich wieder. Er ist schon dort. Was will der? Lärger. Er ist schon da unten. Ich brauch noch zwei Viper-Kills, ob ich mir jetzt mal ein Leitling. Ich kenne mein Spiel, sich bitte ausführen, einfach zu minimieren. Äh, oh minz, ich komm nicht hin, ich komm nicht hoch, man. Ah, ein kleines Stück hat gefehlt. Was, die Lipp? Die Lipp, ja, hab ich jetzt wieder Viper beschossen. Wollte sagen, ein Galaxy-Thor ist nur ne Lipp. Ja, ich hab hier einen Raketenwerfer-Hitty gegeben. Ich komm nicht hoch. Jetzt haut's an. Der Raketenwerfer hat's gedrückt. Ja, Gott. Wo gehen wir jetzt hin? In der nächsten Base. Gott. Ich fahr mal vor, ich brauch noch zwei Viper-Kills, dass ihr da wieder Level-Up-Krieg. Ja, ich brauch immer noch meine Road-Kills. Darum, Markus, würde ich sagen... Mach dir... Halla, 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 Harry. Halla, Harry. Halla, Harry. Junge. Im Glück kann ich über fahrende Fahrzeuge drüberlaufen, weil ich so so skilled bin. Sonst hätte er mich grad eiskalt überrannt. Nein! Nein! Nein, Urand. Vorsicht, Panzerminen liegen auf dem Weg. Ja. Ich hab sie gefunden. Lass mich warten. Du bist explodiert. Ich hab sie gefunden, ja. Markus, Ketetje oder Helle? Helle. Alle. Ah, ich will halt nochmal Leitning. Kosten hier nix, die Dinger. In. Hast du Markus drin? Nö. Siehst du da ne 2 stehen? Nein. Ne, wir müssten ne 0 stehen, wenn du da drin wirst. Na, du bist ne 0. Ich komm nicht denn? Oh, fuck. Was denn? Über uns. Über uns. Nö, ich seh nicht. Nö, ich komm nicht hoch genug mit der Waffe. Du musst dich schräg an der Wand stellen. Ja, probier ich gerade, ich komm nicht hoch. Ich find keine Wand, wo schräg genug ist. Da vorne ist er schräge. Ah. Ähm. Da haben wir erwischt. Ach, du hast die echt erwischt mit dem Schuss? Ja, zwei Mal sogar. Hab ich die erwischt. Ja, die erste hab ich gesehen, aber beim zweiten hast du bei mir dann neben geschossen. Das ist... Ne, hab ich doch nicht. Ja, das passt. Das ist ein Niederschuss bei dir dann neben geht, wenn ich schließe. Ja, das ist denn die Verzögerung von den Scheiß Pink Scheiße. Pink, ja gut, geht auch nicht. Ah, da ist, äh, Masi. Stimmt. Scheiße, kein Schuss getroffen, das wär geil gewesen jetzt, ne? What? Ja, Freund. Ja, ja, der wird überfahren. So sieht's aus. Was? Was machst du, du? Ja, und jetzt steigt er nicht ein. Geil. Ich hoffe, dass er... Erst fliegt er uns an, weil er mitfahren will und dann steigt er nicht ein. So ein Idiot. Überfahren der Futur. Wir töten ihn einfach. Ja, versuch's. Ne, ich glaub überholen ist die bessere Idee. Glaube ich nicht. Glaube ich schon. Nein. Oder? Rott, hast du mich gar angerenntet? Alter, bin ich jetzt bei Dingplatz wegen dir? Wegen mir? Warum? Du bist von hinten gegen mich gefallen. Ja, ja, du wärst von hinten gekommen, aber arschig von hinten. Ja, du bist von hinten gegen mich gefallen. Ich hab nur gebrannt. Ja, ja, ist klar. Ja, ist so. Ich überhole ihn erstmal, ja, nix haste. Ich hab dich überholt, ob es sonst so gibt. Könnte ich so auch, weil da sind Andi zu zerstören? Fällig ganz geschickt. ja schon wieder Panzerminen gefunden ja genial Scheiße er hat er was und wurde nicht angezeigt dass sonst so ist er auch aufgeschossen das ist übrigens unser Ohrlifting nicht dass er es sehr drauf schießt Rentner ist ein Geld aus dem Ende Juhu ein Geld man will er die so das hat er hat er hat er hat er hat er auch die Zoller auch ab übernützlos die Grenade über Jungs lässt so weiter jetzt kann man auch noch ein Leitling das ist so ein Scheiß One Clip Harry das für eine Hände Pärby er geilt und unter mir war nicht so heute war auch nichts der Sprung jetzt was mache ich hier wenn ich ihnen hier mal immer hin meister mein leidning ist gleich wieder putt ja harry ja gut war ein bisschen mutig was jetzt nicht uns dann überfahren das bisschen mutig war was was will jetzt bei mir drinnen ich könnte jetzt doch die reppe nein ich repariere den scheißdinger nicht bis ich gekommen werde eh geplatzt wir brauchen wir noch eine minute irgendwas gut das geht er lebt aber noch im weg aber nein da will ich nicht werden auch nicht ja ich habe auf jeden fall keinen also ich leid den kill habe ich bekommen um nicht in den fahrer kill ja doch der lebt noch in die leute natürlich wer schreibt mir jetzt im ingame hast kannst du das bahn beacons jetzt mal ein bisschen weit weg